Mache ich jetzt, keine Sorge. Mit der ersten Aufnahme habe ich aus Versehen leider aufgehört, aber bei der zweiten Aufnahme lohnt sich das immer mehr. Die Sorge ist in der ersten Aufnahme. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Guck mal, da oben sind ja auch zugleich noch Federwolken im Himmel. Da oben sind Federwolken, Mama. Du hast recht, es gibt morgen wieder Regen. Ich sehe sie. Mit Federwolken dabei. Da könnte morgen doch ein bisschen Regen geben. Das sind doch wieder Rücken da oben, ne? Da hinten ist eine Amsel. Da eine Amsel. Da ist sie weg im Busch. Ja, die Farbe geht jetzt auch weg von den Wolken. Da oben. Da oben.